Willkommen zurück zu Super Monkey Board Banana Blitz! Wir versuchen nochmal diesen blöden Tintenfisch-Boss! Diesen Riesen-Blooper! Ich hab den echt nicht hingekriegt im letzten Part. Es ist aber wirklich ein ULTRA-schwerer Boss! Ich glaube der zweitschwierigste im Spiel! Und einer der schwierigsten Bosse der Videospielgeschichte meiner Meinung nach! Weil das ist russisches Roulette! Manchmal ist es so random, wenn man einen weghaut und wenn nicht... Ich muss immer den Kopf treffen! Beziehungsweise das Hinterteil des Kopfes! Und das kann schon manchmal schwierig werden! Wenn man hier sehen kann! Vielleicht wird er random weggeschlagen! Diesmal krieg ich keinen noch weg! Kann aber sein, dass ich dann noch wegkriege und dann bist du direkt tot! Random! Jetzt geht er wieder ins Meer zurück! Wenn er jetzt wieder auftaucht! Kommt manchmal eine Wasserwelle jetzt! Das ist quasi Phase 2! Ich glaube die kommt immer! Und er geht jetzt immer direkt wieder ins Meer zurück! Sprich wenn wir ihn erwischen! Geht er sich direkt wieder aus dem Staub machen! Ja! Das war wichtig zu wissen! Oh shit! Da hatte ich aber Glück! Da hatte ich echt einen Schutzengel gerade! Jetzt kommt eine riesenwelle! Aber einfach drüber jumpen! Nicht von den Schmodder hier treffen lassen! Na Gott damit! Sehr gut! Ein Treffer glaube ich nur noch! Jetzt kommt er nochmal! Jetzt gibt es wieder eine riesenwelle! Aber die ganzen Mini-Oktopusse hier! Die sind nervig! Rüber gejumpt! Sehr nice! Achso! Ja natürlich! Jetzt kommt er immer jede Sekunde in der Welle! Ist klar Murat! Es war so ein guter Versuch! So gut wie nie! Und trotzdem verkackt! Weil es wirklich ein Ultraschwerer! Unfairer Boss ist! Das Schlimmste ist halt jetzt! Random Lockback! Manchmal haut er einen direkt weg! Manchmal nicht! Das ist halt das Schlimmste! Das macht den so unberechenbar! Da! Schon wieder! Random! Auf einmal werde ich richtig weggestoßen! Hier auch! Ey was ist das? Ey seriously! Das ist so was von fucking random! Eben genau die gleiche Situation! Ist natürlich mir nichts passiert! Aber jetzt! Ey come on! Das ist... Das ist... Richtiges russisches Roulette! Wollt ihr ein russisches Roulette Simulator? Da ist er! Der Oktopus! Ganz im Ernst! So! Das war der dritte Treffer! Und ich bin tot! Voller random! Man weiß ja nicht wo er dann letzten Endes wieder ins Wasser geht! Ja wobei ich glaube das ist immer... Immer da wo die wunde Stelle ist ne? Dann geht er da... Ah ok! Merk ich mir! Merk ich mir! Try and Error Boss Kampf! Und ein bisschen Glück wie gesagt! Oh bloß nicht da unten rein! Ja was... Das war es jetzt ne? Komm hier nicht mehr raus! Auf jetzt! Random Rückstoß! Random! Random! Die ganze Zeit ist nicht sowas passiert! Jetzt schon! Random! Weggestoßen! Fertig! Weggh! Also... Wir werden in diesem Part eh nur diesen Bosskampf machen! Wahrscheinlich! Weil es nicht schwer ist! Aber vielleicht hat sie ja Bock drauf! Also ich hab's... Nicht! Ich hab überhaupt keinen Bock auf den Schatz! Er ist einfach schlecht programmiert! Aber die Entwickler waren solche asozialen Bastarde! Wollten es! Dass das so unfair ist! Das glaube ich aber nicht! Das wirkt ja auch so random! Manchmal... Manchmal macht er halt nichts! Manchmal schon! Hey! Er hätte so gut sein können! Dieser Bosskampf! Aber East ist nicht geworden! Bah! So ist es doch! Okay! Jetzt kommt ne Wave! Ne kleine Wave! Wo ist die Wave? Hä? Keine Wave! Sieht's? Random! Keine Wave gekommen! Sonst kamen jetzt immer diese scheiß... Wasserwellen! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe diesen Boss nicht! Vermeid nicht noch zwei Treffer! Ich bleib trotzdem jetzt mal hier! Jetzt wird bestimmt ne Wave kommen, ja! Eben kamen halt zwei Waves! Am letzten Treffer! Oder vermeintlich letzten Treffer! Man weiß ja letzten Endes nicht! Sprich wir müssen da jetzt noch mehr aufpassen! Und die Zeit ist halt auch asozial, ne? Wave! So und eben kam noch ne Wave! Da ist sie! Und der Boss ist besiegt! Krass! Okay, wir machen glaub ich noch mehr in diesem Part! Haha! Ne aber seriously! Der Boss ist schon schwer! Ich übertreibe immer gerne, aber das war schon... Starkes Stück! Ungefähr 20 Versuche gebraucht! Plus die im letzten Part halt! Also... 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 Im letzten Part... Und in diesem Part insgesamt 20 Versuche circa! Das wollte ich sagen! Guuuut! Das war der Tippisch! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Okay! Hä?! Egal, brauchen wir nicht die Krone! Ich weiß es nicht was das soll! Und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Äh! Ich komme ja nicht mehr raus. Hä? Muss ich jetzt das Spiel neu starten, oder was? Ich mache bestimmt nicht nochmal die ganze Welt. Freunde, ich starte das Spiel neu. Wir sehen uns gleich wieder. So, Spiel neu gestartet. Schlupfer mal rein in die Kobaltölen. Keine Ahnung, warum da keine Krone ist. Wahrscheinlich, weil ich einmal Retry gemacht habe. Keine Ahnung, was soll's. Hier ist auch so ein geiler Track, ne? Den habe ich auch bei Smash, das weiß ich. Von der Atmosphäre, ziemlich gute Welt. Halt so eine Höhle mit Pilzen und so alles so mystisch. Aber die hat es in sich. Da waren richtig knackige Level. Das ging jetzt, aber auch nur das Auftakt Level. Das sieht schon wieder richtig gestört aus. Aber schauen wir uns das mal an. Gucken, wie viel wir schaffen. Was ist passiert? Was ist passiert? Was muss ich machen? Achso. Dazu muss ich auf dieser Brücke stehen. Wohin soll ich das erst wissen? Ja, woher sollte ich das erst wissen, ne? Das war also so ein Aufzug. Okay. Wo ist die Schwierigkeit hierbei? Es gibt eine Schwierigkeit. Das ist ein Chill-Level. Scheinbar schon. Achso. Die Aufzüge werden immer kleiner. Ist in Ordnung. Wo ist er? Kommt er nochmal? Ich hoffe es doch. Und wir warten. Und wir warten. Ladezeiten. Wartezeiten. Sehr gut. Achso. Ja, ja. Ich erkenne die Schwierigkeit. Ist ja in Ordnung. Dann wird er richtig weggedrückt. Muss ich mir anschauen, wie ich das mache. Aber es ist ein cooler Level. Ist eigentlich ein Chill-Level. So schwer ist es ja nicht. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass man hier so lange warten muss am Anfang. Na, jetzt war ich dumm. Aber ich habe es noch geschafft. Ist in Ordnung. Jetzt bin wir auch direkt hier drauf. Ja. Einfach nur die V-Mode ruhig halten. Passiert euch nichts. Was sagen, ihr seid solche Scrubs wie ich? Wer geht da, ehrlich hin? Wie retarded muss man sein. Oh, ich brauche die Bananen. Einfach voll die Stimme. Was willst du mit den Bananen? Wir bringen dir einen Scheiß. Ich muss sagen, es ist schwierig, es ist nicht auf der Aufzüge zu bleiben. Aber auf der Aufzüge zu anderen Sachen zu switchen. Das finde ich dann doch sehr schwer. Sprich, von hier auf der anderen Aufzug finde ich schwierig. Und das, wo ich eben gefällt habe, ist auch sehr schwer. Sehr, sehr schwer sogar. Nämlich das hier. Na gut, da ist ein Loopschutz eigentlich. Okay. Und jetzt abspringen und rein. Sehr gut. Man muss da echt abspringen. Wenn du nicht springst, kommst du nicht rein ins Ziel. Ist auch interessant. Okay. Kobalthöhle Nummer 3. Ach, wieder so ein Riesenteil da. Ich glaube, das war schwer. Naja. Sind es Trambolin-Pilze oder sind es einfach nur Plattformen? Schauen wir uns mal an. Das sind einfach nur Plattformen, glaube ich. Jetzt müssen wir hier wieder auf das Ding warten. Leute, da kann man rausspringen. Warum? Oder muss man das vielleicht sogar? Oder ist es nur wieder für die Bananengeilen? Ich denke schon, dass es wieder nur für die Bananengeilen ist. Na, sind da wieder engfäsche gemixt drauf oder diesmal nicht? Diesmal nicht? Hä? Ich komme da gar nicht drauf. Das ist unfassbar schwer. What the fuck? Muss es so schwer, da drauf zu kommen? Ich denke nicht, dass da eigentlich die Schwierigkeit bei liegt, oder? Ja, man kann das... Also, nee. Ich weiß nicht, warum man das so programmiert. Das ist doch nur, um den Spieler zu ärgern. Wenn man fällt, muss man die ganze Zeit immer wieder... auf das Scheißding da warten. Ja, ich will da einfach jetzt schnell hin, dass ich direkt da drauf kann. Aber ich darf es nicht. Nee, ey. Das ist nicht gut. Das könnte den ganzen Part fressen, das Level. Ihr seht, das sind keine Trampoline. Nee, das ist nicht schön. Da könnte ich mich aber abbampen lassen, oder? Keine Ahnung, warum müsste denn da diese Absperrung... Muss ja irgendeinen Sinn haben. Gut. Lass mich dagegen prallen. Vielleicht ist es ja so gedacht. Wir versuchen es. Ja, tatsächlich. Okay, dann ist es nicht so schwer. Nicht unfair jedenfalls. Gut, dann gehen wir mit diesem Rad mit. Schön. Und... Achso, jetzt müssen wir das Rad auch noch wechseln. Aha. Das ging aber. Aber das ist wieder ein ganz anderes Rad. Das ist viel kleiner. Das ist ein ganz anderes Timing hier. Das ist interessant. Und noch mal. Und das ist ein ganz kleines Hamsterrad jetzt. OMG. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich schwer. Das ist unglaublich schwer. Ach du Scheiße, ey. Was hab ich mir hier wieder eingebrockt. Also. Das Erste ist wirklich machbar. Das ist einfach, da drauf zu kommen. So. Vom Ersten auf den Zweiten ist machbar. Ist aber schon mittelmäßig schwer. Und dann ist es... Vom Zweiten auf den Dritten. Das war abnormal schwer. Das war nicht normal. So. Das war jetzt schon ein bisschen tricky. Man kriegt hier einen Rückstoß. Sich sofort richtig koordinieren. Aber das ist halt machbar. Das ist machbar. Herr Nachbar. Aber das dahinten? Ich weiß nicht. Das hier. Seriously. Was soll das? Wir haben es aber irgendwie geschafft. Irgendwie. Und ich seh kaum was. Weil es gerade ein bisschen scheiße ist. Das Rad ist zu klein, man. Ich glaub ich dreh am Rad. Aber wir haben es doch geschafft. Geiler Level, aber... Schon anspruchsvoll. Aber geiler Level. Ich hab nie gesagt, dass der Level scheiße ist. Der war halt nur schwer. Das ist wieder so ein Bumper Level. Herzlichen Glückspunsch. Ja, wenn da sonst nichts kommt, ne? Easy going. Aber was ist das? What's this? Was müssen wir hier machen? Achso. Das ist in Ordnung. Das russische Troulette ist nur Glück. Ob man überlebt oder nicht. Ich seh da kein Muster oder so. Ist nur Glück. Oder... Ich weiß nicht. Ich so springe. So springe. Naja, so kann man das ungefähr machen. So springe. Jaja. Jaja. Ist doch nicht nur Glück. Urteile manchmal sehr schnell. Aber das... Ja. Ist sehr sonderbar. So was gab's in Monkey Ball Deluxe halt nicht. Oh, was? Was ist das denn? Hä? Hä? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das gehen soll. Ah, es nervt halt. Diese Anfangspassage ist unnötig. Nur um das Level in Länge zu ziehen. Das gefällt mir halt überhaupt nicht sowas. Ultra-eifere Anfangspassage, die mega lang ist. Ich sag's mega lang, aber ihr wisst es immer. Na gut. Ich kürze ja schon nicht ab. So, das hier war ja noch alles logisch. So, Jump. Weiter geht's. Jump. Weiter geht's. Jump. Weiter geht's. Jump. Gut. Aber das ist ja hin. Ich verstehe das nicht. So ist es hier gehen. Und wer sammelt hier bitte schön alle Bananen ein? Ich weiß es nicht. Ich werde ja versuchen zu mogeln. Ich werde ja versuchen zu mogeln. Ich kann euch zeigen, was ich damit meine. Na ja, erstmal das hier wieder. Oh. Warte mit. Ups. Und go. Ja, das war knapp. Go. Gut. Und rüber. So, ich kann ja jetzt versuchen von hier. Jetzt bin ich ja quasi erhöht. Ich kann ja jetzt quasi hier Anlauf nehmen und versuchen da jetzt irgendwie rüber zu kommen. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Ich denke, dass es möglich ist, ja. Ich denke, dass es möglich ist. Das war halt nur gerade ganz falsches Timing. Aber es kann doch nicht vom Spiel so gedacht sein, oder? Ich schaue da irgendwas nicht. Ganz, ganz komisch. Passage ist mir nicht schlüssig. Go. Und jump. Und jump. Voll die Jump'n'Run-Elemente. Aber das hat ein bisschen was mit so einem Galaxy hier mit diesen Plattformen. Super Mario Galaxy. So, jetzt. Und jetzt springen. Nein, es... Ich weiß es nicht. Wie soll dieser Fick gehen? Wie? Seriously, was ist das? Wie soll es gehen? Ey, ganz im Ernst, ne? Es ist doch zum Kotzen. Wie soll das denn gehen? Also. Boah, nach dem Level mache ich Schluss, ey. Ich... Pfff, mein Nerven. Musik ist so geil. Macht so eine gute Laune. Aber das Level ist so schwer. Es passt nicht zusammen. Gute Laune, Musik und... Höllen-Level. Ich glaube immer noch, dass es so geht. Ja, natürlich. Diesmal ging's, ne? Ist klar. Überhaupt nicht random. Keine Ahnung, da hinten die Bananen können nicht gestohlen bleiben. Vor allem die Bumper noch da, wa? Ha. Ne. Achso, ein Bonus-Level gibt's noch, ja gut. Ich wollte wirklich Schluss machen. Beziehungsweise ich wollte gucken, wie lange gepaart ist. Weil wir machen ja keine Welt mehr pro Part. Seht ihr, da sind's... Richtig, richtig knackig geworden. Da schaffst du keine ganze Welt mehr pro Part. Halbe Welt könnte man sich zum Ziel nehmen. Aber mal sehen. Das hier ist interessant. Schwierig die Bananen außerhalb zu erwischen, wie ich finde. Und dann immer... Ja. Genau deswegen. 26 Bananen gab's da noch, seriously? Ja, ich guck mal, wie lange der Part ist. Ein einziges Level machen wir noch. Und ich hoffe, dass es nicht ist... Doch. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das war das... Ja. Das war das apokalyptische Level. Das war das... Level, wo ich richtig Angst hatte. Glaub ich... Nee, 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 nee. Doch nicht, doch nicht. Dann gibt's das im nächsten Part zum Glück erst. Das geht. Ich dachte, das ist das. Das ist so ein Grind-Level. Die sind relativ easy. Man muss aber erst mal hochkommen, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist das Zeit-Limit hier. Nächste Schiene. Was geht's, Mann? Geht doch da drauf. Danke. Es wird ordentlich gegrindet. Hier darf man nicht zu schnell sein, weil dann fliehst du raus. Mal ordentlich abbremsen. Ganz, ganz wichtig. Gerade bei den Kurven. Ich mach's, glaube ich, zu langsam, ne? Jetzt bin ich gespannt. OMG. Ach so. Ich hab' ich mehr Speed gebraucht. Ist klar. Aber ich... Krieg das so hin? Nein, krieg ich nicht. Warte. Ich glaube, hier kann ich auch speeden. Da flieh ich ja nicht raus. Ja, cooles Level. Chilliges Level. Das ist nicht schwer. Es gibt wirklich eins. Das war so krank. Das war mit so Bumpern oder so. Ich weiß auch nicht. Also andere Bumper. Quasi so Trampoline quasi. Ah, das war so abnormal, ne? Das hier geht. Wobei ich den Anfang... Den find ich immer noch ein bisschen schwieriger hier. Mit den Pilzen. Ich mein, ich kann hier chillen. Kann ich hier drauf. Kann ich da wieder chillen. Nein, kann ich eben nicht. Ich muss es in eins machen. Das ist das Problem. Sowas liegt mir nicht. Pass mal auf. Superspeed. Zack. Zack. Ja, und Freunde. So ungefähr ist das Level, was noch kommen wird. Nur mit solchen Bumpern quasi. Also dass man so mit Superspeed drüber muss. Ach man, ey. Geht doch. Sehr, sehr gut. Jetzt hier. Springen doch doch mal gleich rein. Das ist jetzt, glaube ich, die schwierigste Stelle tatsächlich mit den Kurven. Das da am Ziel, da muss ich doch wirklich nur Speed geben. Oder fliege ich dann wirklich da raus? Ich hoffe nicht. Ich werde gleich Superspeed geben. Volle Karacho. Boah, dass da echt schnell runter geht, ne? Trotzdem, ich mach's. Superspeed, Superspeed, Superspeed. Ne, ist richtig. Vollstoff. Ich hab in der Zwischenzeit nicht wirklich ein bisschen gebremst, weil ich Angst habe. Aber... Overall hab ich beschleunigt. Das war das. Das war das Dreckslevel. Glaube ich zumindest. Ich guck mal kurz durch. Das glaube ich nicht. Das war schwer, aber ging. Das sieht auch chillig aus. Und das ist der Boss. Ja, das kommt im nächsten Part. Gleich zum Anfang. Das wird lustig. Ich schwöre bei Gott. Das war so schwer, ne? Nur wegen diesem Level fand ich die Kobalt-Hülle knackig. Weil, was will ich jetzt hier gemacht haben? Außer das hier. Das fand ich ein bisschen random. Das ging ja alles, ne? Das war ja nicht allzu schwer. Aber das hier, das ist die Hölle. Macht euch auf was gefasst. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, können wir uns wieder informisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Mit dieser coolen, guten Launemusik wieder. Bis dann, ciao.